Musik Es geht jetzt weiter mit Frisbee Golf Wir hatten hier diese drei Resort Plätze Letztes Mal Jetzt geht es mit den Klassikplätzen weiter Klassiker ist unser erstes Ziel Und ich muss ehrlich sagen Das ist jetzt der achte Part Und beim achten Part War ich beim letzten Projekt Schon bei Bowling Und das ist die achte Sportart Und wir sind jetzt gerade mal Im achten Part hinter dritten Also ich sag es euch jetzt schon Das wird mindestens Projekt mit 30 Parts Nehm ich an Noch dazu weil wir Golf dann auch nochmal machen müssen Das Richtige Und dann noch viel mehr Also Mal schauen was diese schönen Klassikplätze drauf haben Das ist jetzt mal eine ganz gerade Ja ist ja auch Klassik Denkt einfach an Wii Sports Wer das Spiel zumindest hat Ja Da ist das eigentlich die Standard Ding Die Standard Ding Ich bin wieder beim Dingsen Ein Ding hat es nicht verdient gedings zu werden Sag ich immer wieder Also das Ding landet jetzt mal hier 54 Yards entfernt Also Jetzt alles oder nichts Okay das war scheiße aber Ich glaub die Ausgangsposition reicht Damit man Mit der Dingsen Geil Ich bin zwar schief drauf aber egal Was war das gerade Okay das ist gut Das ist gut oder Ja Ich hatte jetzt irgendwie gerade bangen Dass die vielleicht einen halben Meter Vor der Ding liegen bleibt Das wird traurig Das ist wieder mal so ein Klassik Ding Einfach mal Wieder mit einem Schuss einlochen Das ist möglich So nicht Oder Ist es möglich Ich sag nix dazu Bitte lasst mir den Skill jetzt Bitte lasst ihn mir Also Wer ist dafür Dass wir jetzt in den Kommentaren Eine Party feiern für das Wer ist dafür Seid ehrlich Wer ist dafür Sollte ich jetzt im Minus bleiben Das erste Mal Da machen wir Party Okay Scheiße Ich glaub ich hab grad die Party verhaut Nein Ich glaub ich hab jetzt so ein Gefühl Jetzt wird es keine Party geben Weil ich werde jetzt verschießen Glaub ich Weil schaut mal was da im Umkreis ist Bergland Nein Nein Das ist traurig Wieso muss ich auf so Scheiße schießen Wie immer So der ist aber gut Der ist sehr gut Der ist scheiße Der landet außerhalb oder was Schleich dich von dem außerhalb Ja passt Ich dachte der würde sich jetzt außerhalb der Grenze schleichen Traurig Das ist traurig Oh Scheiße Nein 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 Bitte jetzt nicht noch wegkommen von Minus Sonst können wir die Party scheißen tragen Ja 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 Ich bin jetzt aus dem Häuschen Nein Ich schaff es einfach ein Ass zu machen Alter Dass mir das in Golf mal passiert Das hätte ich nicht gedacht Alter Alter Schwede Was bringt das für ein Plus 104 Okay das ist peinlich Unterpar Ja das weiß ich auch Ass Das ist auch schön Ja Achso unterpar weil ich jetzt Minus habe Ja das ist eh schön Aber trotzdem Das Ass Dass ich das mal erreiche Im Frisbee Golf Hätte ich auch nicht gedacht Okay Klassik B Schauen wir mal ob wir diese Serie halten Ich glaube nicht Ja klar genau Die Scheiße Die die ich nicht kann Super wo ist denn das eigentlich auf Wuhu Island Das gibt es ja eigentlich gar nicht Ist irgendwie auf einer fremden Hinsel Aber ist egal Nein ich brauche kein Training Und ich hoffe dass ich da jetzt auch einen Ass machen könnte Ich meine Ich habe schon mal Das ist das einzige wo ich in Golfen bis jetzt einen Ass geschafft habe Ja scheiß drauf Das war's mit dem Ass Nein bleib oben Traurig Das ist traurig Ja tschüss ich mit dir Nein Lalalala Alter Ich verhause gerade extrem Ich habe so geil angefangen Was ist mit mir los Was ist das Wurf 7 Fuck it Okay ich bin weg Ja jetzt ist wenigstens mal was gutes Alter Schwede Ja was willst du machen Willst du mich verarschen Willst du mich verarschen Was war denn das gerade für eine Mobbing Aktion Das war gerade die größte Mobbing Aktion Die ich je bekommen habe Was ist mit mir Was ist mit mir Hä Ja klar Und jetzt noch hinterm Baum oder was Nein Ich gebe auf Bitte bleib drin Bitte bleib drin Bitte mach mir den Gefallen Alter Das ist Mobbing Vom Baum Alter Der Baum hat das mit Absicht gemacht Ja genau Bleib oben hängen Hab nichts dagegen Dass ich vom Baum runterschieße Nein Das ist nicht mehr normal Wirklich jetzt Alter Das ist die Verarsche Ich wusste es Irgendwann kommt es wieder mal Wo der Scheiß Wo ich einfach nur auszucken könnte Okay Zurzeit Gezuckt Trotzdem Das ist traurig Das ist traurig Was zur Hölle Okay Das kann man jetzt aus auszucken werten Nein Ich glaube es nicht Jetzt reicht es mir So Doppelbock Danke Jetzt bin ich bei plus 8 Gleich am Ende Am Ende bin ich dann auf plus 10 oder was Auf jeden Fall Ja genau Und jetzt kommt die Scheiße von Wii Sports zurück Der Fluss Der hat mich immer gemobbt Das war die Das war eigentlich meine Lieblingsding Damals Und irgendwie habe ich es dann geschafft Dass ich einfach Alter Ich schieße ein Blah Mann Fuck you Fuck you Die Aktion hatten wir schon mal Aber die war jetzt verdient Die war jetzt absolut verdient Das ist der Rage-Mod-Part heute Alter Wenn der Scheiße drunter gefallen wäre Ich wäre in den Bildschirm reingesprungen Mobbing auf mich Immerhin jetzt geht es Wehe ich bin auf plus 10 Wehe Wehe Plus 9 Okay Damit kann ich leben Alter Ja Plus 23 Wirklich Mob mich das letzte Mal Danke für den Trostpreis wenigstens Okay Die Klassik A Die Klassik B Wird Die schlimmste Sache Die ich je hatte Nein Scheiße So Kameran Die will ich hoch So Hui Ich bin heute gereizt Das merkt ihr Jetzt bin ich gleich noch mehr Alter gereizt Fall nicht ins Ort Was ist heute mit mir Und ich denke mir wirklich Das Projekt geht ohne Rage-Mode Nein Das Spiel treibt es auch noch so weit Und ich dachte Wieso auch immer golfen Verpiss dich man Alter ich komme jetzt mit der Kettensäge Ich bräuchte jetzt mehr mit der Kettensäge Verpiss dich du scheiß Baum Jetzt mal ehrlich Das Das ist Mobbing Wirklich Also ich weiß noch nicht wie oft ich das jetzt schon sage Aber das ist Das ist einfach nicht mehr normal Irgendwas ist heute Ich weiß nicht was Aber Ich bin gereizt Wirklich Das könnt ihr mir jetzt glauben Irgendwann ich bin jetzt schon ausgezuckt Und ich dachte ja Der Auszucker der erste kommt bei Tischtennis Bei der Ballannahme Wie es es damals war Aber jetzt auf einmal das Ja Von mir aus Sechs Ja Super Wurf zehn Auf wie viel plus komme ich da wieder Plus sechs Danke Herzlichen Dank Ich werde mich revanchieren Nein Nein Bitte nicht Ja klar Jetzt kommt meine Mutter auch Egal Nein Das ist Das ist nicht normal Bitte bleib oben Bitte bleib oben Danke Danke So Wenigstens meister ich das jetzt Nicht oder? Doch komm Passt Ein paar Also vom plus komme ich nicht mehr raus Aber egal Nein Bitte nicht Wieso tut mir das Spiel das an? Wieso Wieso Nein Bitte nicht Das ist jetzt ein Traum Ja Von mir aus Fall runter Ich habe nichts dagegen Aber jetzt da rüber Komm Bitte Bitte sagt das auf der Insel Ja zum Glück Jetzt kann ich mit einem Schuss wenigstens da hinten hinschießen Komm Bitte Dreh dich bitte rüber Bitte rüber drehen Bitte rüber drehen Sonst lande ich Er landet im Ort Nein Schon wieder Wer erfindet sowas überhaupt? Immerhin mal was Gutes Im Ponger Der ist drin oder? Klar Ist ja logisch Ist logisch Alter Nein Nein Einfach nur nein Nochmal plus 9 Es fängt so gut an So gut Und dann das Boah Ne Ich muss mich jetzt ernsthaft zusammenreißen Weil das war nicht mehr normal Okay Jetzt ist die Qual Wenigstens vorbei Alter Und was kommt dann erst Bei den 2 neuen Punkt Neun Loch Dingern Alter Das gibt bei euch sicher ein Loch Fleisch Für mich ist das die reinste Qual Oh Gott Ich seh jetzt schon Die 3 nächsten Parts quälen mich Ja Fix Ich will sie ja am liebsten gar nicht machen Aber leider Muss ich Es ist ja immerhin ein Projekt für euch Eigentlich mache ich es zum Spaß Ja Aber das Ja okay Ich lage jetzt ein bisschen Aber Nein Ich bin gerade innerlich extrem wütend Es egal Lol Jetzt ist das so durch Okay Also Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschö Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal